Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblings-Podcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und wenn du einer der treuen Zuhörer und Zuhörerinnen bist, danke, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass die letzte Folge jetzt schon ein paar Tage, ein paar Wochen her ist. In der Zwischenzeit habe ich Urlaub gemacht und habe einige Sachen in meinem Business angepasst und verändert und mich viel mit mir selber und mit meinen eigenen Themen beschäftigt. Und es war viel zu tun, vor allen Dingen bei mir persönlich emotional. Und habe deswegen Dinge wie zum Beispiel hier diesen Podcast ein bisschen vernachlässigt und habe immer mal überlegt, ob dieses ganze Inhalt produzieren und machen und tun, ob das wirklich was bringt. Und dann kommen immer wieder ein paar von euch und dann schreiben mir auf Instagram, was sich verändert und dass euch der Podcast gut tut, die Inhalte gut tun und ihr euch damit beschäftigt und so. Und das ist jedes Mal wieder so ein Motivator, weil so habe ich ja auch angefangen in meiner persönlichen Entwicklung, mich mit Inhalten zu beschäftigen von Leuten, die authentisch waren, die ein paar Schritte vor mir waren und die mir wahnsinnig geholfen haben. Und deswegen bin ich wieder dabei. Die heutige Folge taucht so ein bisschen in das Thema Identität rein. Und wahrscheinlich kennst du es auch, du über Jahre wahrscheinlich schon möchtest du Dinge in deinem Leben verändern. Das kann anfangen in deinem privaten Kontext, du möchtest sportlicher sein, besser aussehen, pipapo. Das kann im beruflichen Kontext sein, du möchtest mehr Geld verdienen, erfolgreicher sein, mehr Spaß haben in dem, was du tust und egal, was es ist, du möchtest was verändern und du arbeitest daran, dein Verhalten anzupassen und Routinen in deinem Leben zu etablieren und tolle Dinge neu dazuzumachen, Inhalte, Bücher lesen und so weiter. Und für eine Zeit klappt es immer sehr, sehr gut, für eine Zeit kommst du damit gut klar und kommst weiter und danach, nach vielleicht ein paar Tagen, nach ein paar Wochen merkst du, dass du immer wieder zurückfällst in alte Verhaltensmuster. Und das geht mir genauso wie dir in verschiedenen Bereichen. Obwohl ich mich verändert habe in vielen Bereichen, gibt es andere Bereiche, wo ich immer wieder zurückfalle. Das kann sein, die Art und Weise, wie ich esse. Das kann sein, dass ich habe lange Jahre geraucht und E-Zigarette gedampft und sowas. Immer wieder falle ich zurück in diese Verhaltensmuster und vor gar nicht so langer Zeit ist mir das nochmal aufgefallen. Ich habe ein paar Veränderungsschritte in meinem Leben eingeleitet, möchte irgendwas in meinem Business verändern und ich habe es kaum gemerkt, dass ich dann zwei Wochen hatte, wo alles an alten Verhaltensmustern bei mir extrem hochgesprudelt ist. Von ungesunder Ernährung und Netflix gucken und zocken und alles Mögliche ist hochgekommen. Und stell dir das vor wie so ein Verteidigungsmechanismus, wenn du mit vielen neuen Unbekannten konfrontiert bist und du dich wirklich verändern möchtest, dein System Angst vor dieser Veränderung hat und alles Mögliche an Dingen hochspült, die halt bekannt sind. Und für mich, der alte Chiller, Tobi, der nicht besonders gut auf sie achtet, der ist halt bekannt. Den kenne ich halt und deswegen kam der so stark zum Vorschein. Ich möchte dir so ein paar Impulse geben heute. Die dir helfen können, wirklich langhaltig, substanziell was zu verändern. Und ich sage das jetzt auf Basis von meinem eigenen Erleben, auf Basis von Gesprächen, die ich führe, auf Basis von dem, was mir meine Coaches und Berater sagen, auf Basis von einigen Büchern. Also das kommt jetzt aus mehreren Richtungen und ich sage das schon seit bestimmt einem Jahr oder zwei. Und trotzdem muss es ja manchmal im eigenen Leben ein bisschen sickern, bevor man so richtig checkt, was damit gemeint ist. Was mich gerade beschäftigt und was ich dir mitgeben möchte heute ist, arbeite, wenn du dich verändern willst, wenn du wachsen willst, wenn du mehr erreichen, sein, haben willst, dann arbeite am größten Hebel. Und arbeite nicht an den Symptomen. Wenn du zum Arzt gehst, was, na gut, das ist ein anderes Thema, vielleicht, manchmal ist es ja notwendig, vielleicht, und du kommst dahin und du klagst über Kopfschmerzen. Das ist das Schlimmste, was der Arzt machen kann, dir Kopfschmerztabletten zu geben. Sondern es geht ja darum, rauszufinden, wo kommt dieser Kopfschmerz her. Ist es einfach nur, weiß nicht, zu wenig Wasser getrunken und gedönst? Und das heißt, dann sollte er dir vielleicht empfehlen, regelmäßiger mehr zu trinken. Oder hast du irgend so was Tumormäßiges im Kopf, was man rausoperieren müsste oder sowas? Dann wäre es ja blöd, wenn du eine Kopfschmerztablette bekommst, dass du den Schmerz nicht mehr spürst. Und dann ging es dir zwar besser für eine Zeit, aber der Ursache kommt man gar nicht auf den Grund. So ist es auch mit persönlicher Entwicklung oder Veränderung. Wenn du immer wieder dich selber sabotierst, wenn du immer wieder in dieselben Verhaltensmuster zurückfällst, dann kannst du natürlich neue Routinen und Verhaltensmuster dir aneignen und sie reintrainieren und früh aufstehen und Sport machen. Und alles gut, es ist alles super. Es kann aber auch passieren, dass es so anstrengend ist für dich, dass du immer wieder früher oder später in alte Verhaltensmuster zurückfällst. So habe ich das jahrelang gemacht. Und vielleicht kennst du das auch. Wir verhalten, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Zitat, Deswegen, am besten schreibst du dir auf und nimmst dir mit. Wir verhalten uns langfristig immer dem, was wir glauben zu sein. Stimmt das jetzt grammatikalisch? Wir verhalten uns langfristig immer dem gemäß, was wir glauben zu sein. Das heißt, wenn meine Identität oder mein Verständnis von dem, was ich bin, meine gefühlte Identität, wenn das der Chiller Tobi ist, der Entspannte, der Easygoing, der Genießer, der auch gern mal hier und sich gönnt und alles ist easy peasy, wenn das mein Selbstbild ist, dann kann ich mir versuchen, mit viel Disziplin mir eine Sportroutine reinzuballern. Die wird nicht so lange halten. Oder sie wird, wenn sie hält, immer sehr mit Anstrengung verbunden sein. Im Angenommen, ich könnte rein hypothetisch mein Selbstbild, meine Identitätswahrnehmung so verändern, dass ich mich identifiziere als Sportler, als disziplinierten Sportler, der sich vielleicht ab und zu mal was gönnt, aber ich bin ein disziplinierter Sportler. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich nicht mehr sagen, ah, ich bin so ein entspannter, lustiger Typ, ich bin selbstständig, sondern ich würde sagen, ich bin Sportler. Wenn das mein Selbstbild wäre, dann kommt es plötzlich überhaupt gar nicht mehr in Frage zu rauchen oder so, weil das passt einfach nicht in mein Identitätsverständnis. Dann kommt es überhaupt nicht mehr in die Tüte, fünfmal die Woche Pizza zu bestellen. Oder das passt ja dann nicht zu der Identität, wie ich mich selber sehe. Wenn ich mich aber selber als kleinen Loser, Versager oder sonst was sehe, wenn das mein Selbstbild ist, werde ich immer wieder Dinge tun, die das bestätigen, weil so sehe ich mich ja. Also, wenn du dich nachhaltig verändern möchtest, dann definier mal, was du gerade von dir denkst. Wer bist du? Was glaubst du gerade zu sein? Schreib dir das alles auf. Das können positive, negative Eigenschaften sein. Das kann dein Beruf sein. Sonst was alles mal. Schreib alles mal auf, was du gerade von dir hältst, denkst, womit du dich identifizierst. Und dann frag dich bei jedem Punkt, ist es wirklich das, was du möchtest? Ist es wirklich das, was dir hilft? Und möchtest du das, möchtest du wirklich, dass das ein Antreiber ist von deinem Verhalten und von deiner Art, wie du funktionierst? Und wenn du das gemacht hast, komm zum dritten Schritt. definier dir mal eine Identifikation oder eine Identität, besser gesagt, von einer Person, die du wirklich gerne wärst. Mit Eigenschaften und Adjektiven und vielleicht auch mit einer Berufsbezeichnung, wie auch immer, mit ganz viel Zeugs drumherum. Wie wärst du gerne? Als ich das gemacht habe, ich gucke gerade mal, ob ich das, ich habe da nämlich hier, ich drücke mir das immer aus und mache mir da immer so ein schönes Blatt. Ich lese mal so ein paar Sätze vor aus dem, was ich hier definiert habe. Ich in meiner neuen Welt, habe ich das genannt. Ich bin diszipliniert, sportlich, ein echter Inspirator für mich selbst und andere. Ich bin ein Mensch, der sein Leben liebt, es in den vollsten Zügen genießt und Menschen hilft, immer mehr von ihrem wahren Potenzial zu leben. Ich bin echt, offen, authentisch, ich bin verletzlich und sensibel, gleichzeitig klar, deutlich und nicht von der Kritik anderer oder den Zweifel von anderen Menschen aus der Ruhe zu bringen. Ich bin gesund, voller Energie. Ich bin selbstbewusst, kenne meine innere Größe und Schönheit. Wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch so. Ich spule mal so ein bisschen vor oder haben wir ein paar andere Sachen hier drin. Meine Priorität liegt darauf, weiter zu wachsen, mich selbst und das Leben besser kennenzulernen und zu verstehen. Ich bleibe nicht stehen. Ich nehme mir die Ruhe und die Spannung, die ich brauche, um im nächsten Schritt wieder mit voller Energie und Begeisterung die Kraft auf die Straße zu bringen. Ich fühle mich frei, gelassen, stark, lebendig, begeistert und klar. Ich scheue mich nicht davor, auch den Biest in mir in die Augen zu sehen. Nimm das mal so als kleine Inspiration, wie das bei dir aussehen könnte. Definier mal deine Identität. Wie möchtest du gerne sein? Und wenn du das gemacht hast, wenn du definiert hast, wer du gerade bist oder wer du gerade glaubst zu sein, ob das hilfreich ist oder nicht und wer du sein möchtest, dann musst du dich jetzt nicht dazu zwingen, diese Person zu sein. Du musst dich jetzt nicht, das habe ich ja auch immer wieder probiert, dich in diese neue Rolle pressen. Aber werd dir mal bewusst, dass alles, was du gerade erlebst, deine ganze Identität, dass es eh alles nur Rollen sind, die du spielst. Unsere Identität ist nicht fest. Unsere Identität ist nicht irgendwie festgeschrieben und wir haben keine Chance, uns zu verändern. Es ist sehr flüssig und sehr dynamisch. Und wenn du eine Entscheidung triffst, eine andere Person zu werden, kann das auch mit Verlustängsten oder mit Schmerzen begleitet sein. So war das zumindest bei mir der Fall, als ich entschieden habe, dass dieser alte Chiller-Tobi anfangen darf zu sterben. Ich habe richtig getrauert. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe richtig getrauert. Aber diese neue Rolle hat mir so viel Spaß gemacht. Und das, was mich angetrieben hat, das zu ändern, war einerseits, dass der alte Tobi, beziehungsweise die alte Art und Weise, wie ich gelebt habe, mich richtig angekotzt hat. Ich habe richtig gemerkt und ich meine, ich mag ja diese Elemente an mir und ich lerne sie ja auch zu lieben. Das ist Schattenarbeit. Aber auf der anderen Seite habe ich es einfach leid, immer wieder getrieben und gefangen zu sein von diesen Verhaltensmustern. Ich war so richtig leid, immer wieder auch diese Folgen von diesen Verhaltensmustern zu tragen, sowohl, weiß nicht, körperlich als auch vielleicht auf dem Bankkonto und in Beziehungen oder so, immer wieder zu sehen, wie ich mich selber sabotiere. Ich bin so leid, so leid. Und das hat mich motiviert, zu sagen, nee, es ist vorbei. Ich möchte wirklich eine Veränderung. Und ich habe mich entschieden, eine Rolle anzunehmen, die mir jemand anders auch so ein bisschen nahegelegt hat, zu sagen, weil ich da immer wieder darüber geredet habe, Sport zu machen, regelmäßig Sportler zu sein, zu boxen, boxen zu gehen, Boxer zu sein. Wenn du mich jetzt gerade fragst, was du bist, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Sportler, ich bin Boxer, obwohl ich bei drei oder vier Trainings war bis jetzt erst. Aber ich mache Sport und ich mache nicht mehr nur Sport, sondern ich möchte ein Sportler sein. Also ich nehme jetzt mal bewusst die Rolle ein, ich identifiziere mich bewusst, wohlwissend, dass das wieder nur, ich hänge mich quasi jetzt an eine Identität, die hilfreicher für mich ist, als der Chiller-Tobi von vorher zu sein. Und indem ich diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich bin jetzt Sportler, ich bin jetzt einfach Sportler, komm plötzlich Pizza bestellen jeden Tag oder Zigaretten zu kaufen, gar nicht mehr in die Tüte. Ich hoffe und denke, du bekommst ein kleines Gefühl, was es heißen kann, mit deiner Identität zu spielen oder dir eine Identität zu basteln, die dir wirklich hilft, das Leben zu leben, was du leben willst. Und ich möchte dir noch so zwei, drei Impulse geben, wie das auch wirklich funktioniert, dass du was davon hast. Also dass du nicht nur jetzt diese Übungen machst und dann verändert sich trotzdem nichts. Das eine ist, beschäftige dich jeden Tag mit dieser neuen Person, die du sein möchtest. Das heißt, du kannst dir so einen Text schreiben, wie ich das gemacht habe und dir das jeden Morgen durchlesen. Du kannst eine Stunde meditieren oder eine halbe Stunde meditieren und so quasi diese Person vorstellen, dich mit dieser Person, dieser neuen Identität anfreunden und die Energie quasi in die Gegenwart holen. Du kannst, wenn Leute dich fragen, wer du bist, kannst du dich committen zu dieser neuen Person. Also anstatt dann zu sagen, was du jetzt sagen würdest oder so, ich das gesagt hätte, wenn mich jemand fragt, wer bist du, ich vielleicht eher gesagt hätte, ja, ich bin selbstständig oder Unternehmer und Coach und so, würde ich jetzt wahrscheinlich eher sagen, boah, ich bin Sportler, ich boxe, ich coache Leute. Also das hat sich ein bisschen verschoben und indem ich mich öffentlich dazu committe, auch zu sagen, auch jetzt hier den Podcast zu erzählen, ich bin gerade Sportler, entsteht so ein bisschen dieses, oh ja, das ist eine neue Welt. Das ist, vorher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin selbstständig und Coach und so und jetzt kommt gerade so ein bisschen dieser Sportler-Gedanke da rein, obwohl das ja eine ganz neue Welt für mich ist. also committe dich dazu. Dann nutze solche Tools wie dein Tagebuch, um auch deine Gefühle und das, was mit dieser neuen und alten Welt einhergeht, um da immer mal wieder drüber zu reflektieren und nachzudenken, die richtigen Fragen zu stellen, sowas wie, was hindert mich gerade daran, mich so und so zu verhalten, wo bin ich noch nicht voll identifiziert mit dieser neuen Rolle und solche Sachen und bespreche die mit dir selber in so einem Tagebuch zum Beispiel. Wichtig ist, so eine Entscheidung zu treffen. Es ist, ich nehme noch mal ein Beispiel mit rein. Zum Beispiel Rauchen aufhören, ja, ist für die meisten, die viel lange oft rauchen, ein Riesenthema. Wenn du kein Raucher bist, kannst du es wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen. Ein Riesenthema und egal, ob es beim Rauchen ist oder bei anderen Themen, du kennst es vielleicht auch, dass du jahrelang gekämpft hast, irgendetwas zu verändern und plötzlich ab irgendeinem Punkt in deinem Leben ist irgendwas passiert, was wie so ein Schockmoment war, wo du plötzlich die Entscheidung treffen konntest, nie wieder, ich verändere was und zwar jetzt. Und plötzlich war es noch nicht mal mehr schwer, was zu verändern. Das könnte beim Rauchen sein, dass plötzlich irgendwie ein Angehöriger an Lungenkrebs stirbt und dir denkst, ne, boah, vorbei, ich will nicht mehr, ich höre auf und dann ist es plötzlich gar kein Thema mehr aufzuhören. Und das kann ein sehr, sehr treibendes Element sein für Veränderungen. Das war es bei mir auch. Also nochmal eine Entscheidung zu treffen, nicht nur jetzt Sportler zu sein, sondern auch generell etwas an meinem Verhalten zu verändern, an meiner Identität zu verändern, war ein Moment, wo ich mir meinen Alltag angeguckt habe und festgestellt habe, ne, boah, ne, ne, wo der Schock so groß war, dass ich dachte, ich will was verändern. Wenn du diese Schmerz nicht spürst, wenn du gerade eigentlich ganz okay und zufrieden bist mit dem, wie du gerade lebst und alles ist gut, dann ist es sehr schwer, sich da rauszuentwickeln, weil du hast keinen Grund, dich groß zu verändern. Es sei denn, der Aspekt der Vorfreude, Freude, Verlangen, Lust ist so hoch, dass das dein Antreiber zur Veränderung wird. Also anstatt zu sagen, ich will so nicht mehr leben, könntest du auch sagen, boah, das auf der anderen Seite ist so krass, so geil und das macht mich voll an, da möchte ich hin und wenn das stark genug ist, dann kannst du dich verändern. Also horch mal in dich rein, warum du dich überhaupt verändern willst, weil wenn das einfach nur so ein, ja, ich habe gehört, Persönlichkeitsentwicklung ist ganz nett, ich verändere mich, dann wird es schwerlich funktionieren. Du brauchst einen Antreiber, du brauchst etwas, was dich anzieht oder was dich wegdrückt oder irgendwas, wofür du dich verändern willst. Und das Zweite, was ich dir empfehle, oder das, also such dir den Antreiber oder Wegschieber, damit du auch genug Hebel hast, dich zu verändern und das Zweite ist, mache es zu einer Gewohnheit, zu, dich mit deiner neuen Welt, mit deinem neuen Ich und auch mit deinem alten Ich zu beschäftigen. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, wenn das ein Teil von deiner Routine ist, jeden Tag dir anzugucken, wer werde ich sein, wer möchte ich sein und wo stehe ich jetzt gerade. Wenn das eine Gewohnheit bei dir ist, jeden Tag, dann verfällst du nicht so schnell in dieses, in dieses rattert, 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 einfach machen, einfach sein, einfach nicht drüber nachdenken, sondern du denkst darüber nach, du kannst wirklich was verändern und dadurch, dass du dich mit dieser neuen Person, mit dir selber beschäftigst, jeden Tag, immer wieder, wirst du auch automatisch, auch ohne, dass da jetzt groß von heute auf morgen was passiert, wirst du dich dieser Person annähern. Ich weiß noch, ich mach grad mal hier die Batterie von meiner Kamera, mach ich mal neu rein, weil sonst sieht man, wenn man das auf YouTube guckt, sieht man mich nicht. Es gab, ich bin ja aus meinem, das ist mein letztes Beispiel für heute, danach geht's ab ins richtige Leben sozusagen, da ist die Folge auch erstmal zu Ende. Ich bin ja in einem sehr, hab ich immer mal wieder erwähnt, in einem sehr christlich geprägten, auch konservativ christlich, diese Batterie hier, zack. So, mal gucken, ob der jetzt wieder anspringt hier. So, da bin ich wieder. Also ich bin ja in einem sehr christlich geprägten, ähm, Haushalt groß geworden, wo es, ähm, oder auch in, in so einer Religionsgemeinschaft, wo es, äh, schon wichtig war und wo das auch ein Stück weit dazu gehörte, dass man jeden Tag, ähm, die Bibel studiert und betet und so weiter und eine, ein Argument, warum das wichtig ist, ist, wir wollen ja, wir wollen so werden wie Jesus. Also wir möchten, dass das ein Vorbild ist für uns und dass wir uns auch in dieses Bild sozusagen verwandeln. Und diese Beispiele kommen mir jetzt immer näher, weil ich merke, wie nah das ist an dem, was wir gerade besprechen mit Identität. Ähm, also es war ein Wunsch, immer mehr so zu werden und so zu sein wie Jesus. Und ein Weg dahin zu kommen, ist sich viel mit Jesus zu beschäftigen. So wurde es gesagt, also sich viel mit Jesus zu beschäftigen. Das heißt, viel die Bibel zu lesen, sich das anzugucken, auch im Gebet, halt viel mit Jesus im Gespräch zu sein sozusagen, weil je mehr wir uns mit einer Sache beschäftigen, so je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto mehr werden wir wie Jesus. Ganz unterbewusst. Und dieses Prinzip übertrag das mal auf dein Leben mit der Person, die du werden möchtest, mit deinem zukünftigen Ich. Je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du dich hinsetzt jeden Tag und dir diese Charaktereigenschaften durchliest und dir vorstellst, wie du dich verhältst, was du machst, wenn du diese Person bist oder wärst und du fängst es an, ein bisschen zu fühlen und vertraut zu werden damit, wirst du automatisch anfangen, nach und nach mehr von diesen Eigenschaften anzunehmen. Okay? Das ist so dieses Beschäftige dich jeden Tag damit. Und als drittes und letztes, triff ein paar radikalere Entscheidungen zur Veränderung, um deinen Veränderungsprozess anzukurbeln. Das kann, so wie ich das gemacht habe, neue Klamotten, neuer Haarstil sein. Oder ich habe mich dann im Boxstudio angemeldet und ein paar Entscheidungen getroffen in Bezug auf meine Gesundheit. Dein Bereich kann es ganz anders sein, aber triff ein paar Entscheidungen, die dir selber signalisieren, dass eine Veränderung in Gang kommen kann. Es gibt ein paar psychologische Untersuchungen, ich habe jetzt keine Zahlen oder Quellen im Kopf, musst du mir wohl vertrauen, dass, wenn du etwas verändern willst, es für das Gehirn einfacher ist, wenn du auch andere sehr stark konditionierte Verhaltensmuster änderst. Wie zum Beispiel, du bist Rechtshänder, putzt dir immer mit rechts die Zähne und du möchtest aber jetzt was verändern in deinem Leben, fang mal an, mit links die Zähne zu putzen. Und dadurch, dass dein ganzes Gehirn jetzt gerade versucht wieder, oh, diesen Prozess zu entlernen und neu zu lernen und sich neu verdrahtet, ist es leichter, auch andere konditionierte Dinge zu verändern. Das vielleicht so als kleinen Tipp. Und ich freue mich zu hören, auch über Instagram oder so, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, ob diese Folge und was diese Folge bei dir im Alltag bewirkt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Fokus und Freude bei der Umsetzung. Wie immer, nimm dir jetzt einen kleinen Moment, dir Gedanken zu machen, was du dir wirklich mitnehmen willst aus der Folge. Und wenn ich dich unterstützen kann, persönlich in deinem Business oder in deiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen, weil das ist das, was ich beruflich mache, das ist, ich bin, ich coache, ja, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ich mache immer eine halbe Stunde kostenloses Coaching. Ich nenne das mittlerweile Focus Call, wo es nur um dich geht und deine Herausforderungen, deine Engpässe und ich dich da unterstützen möchte. Wenn du das in Anspruch nehmen willst, dann klick auf den Link hier in der Beschreibung oder auf der Webseite, Mehrwert Call oder Focus Call, je nachdem, wo du das siehst und buch dir einen Termin oder schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Mach's gut! HuptOS Green